Hallo, in zwei vorherigen Videos habe ich diese schöne Aufgabe hier, in der es um das Thema Leistungsanpassung geht, die mir ein Student per E-Mail zugeschickt hat. Vielen Dank nochmal dafür, schon auf zwei verschiedene Arten und Weisen gelöst. Nämlich einmal über die Admittanzen und ich mache mal mein Kamerafensterchen ein bisschen kleiner und auch einmal über die Impedanzen. Also jeweils mit dem Ansatz, dass die Innenadmittanz oder Impedanz der Quelle dieser Teil der Schaltung hier genauso groß sein muss, wie das jeweils Konjunktkomplexe der Admittanz oder Impedanz der Last, die ja angeschaltet ist oder angeschlossen ist auf dieser Seite der Schaltung. Und was ich jetzt in diesem Video zeigen möchte, und ich habe das in dem ersten Video schon mal kurz diskutiert, Also warum, das ist jetzt per Aufgabe so vorgegeben, dass hier oben eine Induktivität, dass wir sozusagen zu der Last eine Induktivität in Reihe schalten und dann zu der Quelle eine Kapazität parallel, das kann man sich, und das möchte ich in diesem Video zeigen, überlegen, dass das sozusagen beliebig ist. Also ich kann das auch umdrehen. Also ich kann auch hier oben eine Kapazität anschließen und kann hier unten eine Induktivität anschließen und kann dann genauso eine Wirkleistungsanpassung wie hier in dem Aufgabenteil C gefordert machen. So, und dafür mache ich mir einfach nochmal ein neues leeres Notizfeld auf und suche mir nochmal die Aufgabe raus. Die ist hier und mache nochmal in Steuerung C und Steuerung V und füge das hier ein und muss jetzt hier so ein bisschen drüber klären. Dafür nehme ich mal einen roten Stift, den man eben gut sieht. Also hier soll jetzt kein Kondensator mehr sein, keine Kapazität, sondern hier möchte ich eine Induktivität anschließen, L. Und hier oben soll jetzt auch nicht mehr diese Induktivität L sein, sondern hier möchte ich jetzt eine Kapazität anschließend C. Und nichtsdestotrotz denke ich mir wieder, dass jetzt hier die beiden Klemmen sind, an der die Last angeschlossen ist. Also die Induktivität jetzt, die zähle ich mit zu der Quelle. Die ist parallel zu dem Innenwiderstand und diese Kapazität ist eben in Reihe zu dem Lastwiderstand. Und naja, warum brauchte man das? Das habe ich in dem vorherigen Video schon irgendwie erzählt. Also wir haben eigentlich hier 100 Ohm Lastwiderstand, 100 Ohm Innenwiderstand. Wir haben jetzt einen viel kleineren Lastwiderstand, der hat nur 10 Ohm. Wenn ich da was Kleineres anschließe, was weniger Widerstand hat, dann fließt da hinten zwar jetzt im Prinzip mehr Strom, aber das senkt die Spannung und deswegen kommt da weniger Leistung aus der Quelle raus. Also brauche ich irgendwas in Reihe, was mir mehr Spannung erzeugt. Das ist diese Kapazität, sodass da ich mehr Spannungsabfall an der Quelle habe, die Spannung sozusagen mehr Leistung liefert. Und da muss ich irgendwas haben, was diesen kapazitiven Einfluss hier kompensiert. Und das ist die Induktivität, sodass ich hier sowas habe, wie jetzt sieht man auch wieder, das ist so ein bisschen ein nicht ganz so idealer Parallelschwingkreis. Aber zwischen den beiden Sachen pendelt dann Energie her. Das dauert eine Weile, bis das eingeschwungen ist in dieser Schaltung. Aber damit kriege ich trotzdem hier mehr Energie, mehr Wirkleistung in diesen Lastwiderstand hier übertragen. So, und jetzt kann ich hier auch wieder zwei Wege machen. Die habe ich vorher in den Videos einzeln diskutiert. Die versuche ich jetzt mal gleich in ein Video zu packen. Also ich kann sagen, der Innenwiderstand oder die Innenimpedanz der Quelle, die muss genauso groß sein, wie das Konjunktkomplexe der Außenadmittanz meiner Last. Das wäre sozusagen Lösungsweg Nummer eins. Und der zweite Lösungsweg, den mache ich dann gleich im Anschluss in einer anderen Farbe, wäre eben auch wieder über die Impedanzen zu gehen. Also die Innenimpedanz der Quelle muss genauso groß sein, wie das Konjunktkomplexe der Außenimpedanz der Last. So, und tja, das kann man jetzt einfach wieder straightforward rechnen, indem man das einfach aufschreibt und macht. Also hier habe ich was Parallelgeschaltetes. Da muss ich in der Parallelschaltung Admittanzen addieren. Die Admittanz von dem Widerstand ist 1 durch RI. Die Admittanz von der Kapazität, die Admittanz von der Induktivität ist ja 1 durch J Omega L. So, und hier drüben schreibe ich mir diese Admittanz eben als das Reziproke einer Impedanz. Und die Impedanz ist R Last plus 1 durch J Omega C. Und davon brauche ich das Konjunktkomplexe. Und das Konjunktkomplexe macht einfach, dass sich hier das Plus zu einem Minus umdreht. So, und dann kann ich mit dieser Eingleichung wieder zwei Unbekannte bestimmen, das L und das C bestimmen, weil in dieser Eingleichung ja zwei Bedingungen drinstecken. Einmal für den realen Anteil und einmal für den imaginären Anteil. Und den muss ich hier drüben wieder so ein bisschen trennen, indem ich auf der Seite mit dem Konjunktkomplexen erweitere. Und das mache ich jetzt mal gleich sozusagen ein bisschen im Kopf, ohne so viel aufzuschreiben. Also, das Konjunktkomplexe auf diesen Bruch angewendet, macht an der Stelle Minus. Wenn ich dann wieder den Konjunktkomplexen erweitere, wird das wieder ein Plus. Also steht hier oben 1 durch R Last plus 1 durch J Omega C. Und unter dem Bruchstrich steht eben 1 durch R Last Quadrat plus 1 durch Omega Quadrat C Quadrat. So, und jetzt kann ich wie in den vorherigen Videos wieder so einen Koeffizientenvergleich machen. Also ich kann sagen, der Realteil auf dieser Seite, das muss genauso groß sein wie der Realteil auf dieser Seite der Gleichung. Das ist meine eine Bedingung. Und da sehe ich, da ist als einzige Unbekannte steckt da das C drin. Und dann habe ich noch eine andere Bedingung für den Imaginärteil. Das ist ja hier das Ohne des J. Und das J steht hier unter dem Bruchstrich auf beiden Seiten. Das ist aber sozusagen egal. Dann muss das auch auf beiden Seiten genauso groß sein. Und da sieht man, da kann ich dann das L draus bestimmen, wenn ich das C schon kenne, glücklicherweise. Also wir fangen an mit dem Realteil, mit einem Koeffizientenvergleich für den Realteil. Und in dem steckt dann Folgendes drin. Also das 1 durch Ri auf der Seite der Gleichung ebenso groß sein muss. Naja, und vielleicht, ich mache nochmal, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ich drehe das gleich ein bisschen um. Also mich interessiert ja hier das C. Das C steht im Nenner dieses Bruches. Wenn eine gesuchte Größe im Nenner steht, ist das immer schlau, die erstmal nach oben zu multiplizieren. Also ich hole mir den Teil hier hoch und bringe den auf die andere Seite rüber, indem ich praktisch durch das teile. Also gucken wir mal. Dann sollte sich hier raus eben ergeben. Und ich überlege hier oben, das Erlass ist doch falsch. Da muss doch nicht 1 durch Erlass stehen. Das ist jetzt so ein Copy und Paste Fehler. Sondern da muss einfach Erlass stehen. Und hier unten muss auch nicht 1 durch Erlass Quadrat stehen. Einfach, also der Bruch hier muss weg. Den müssen wir uns jetzt wegdenken. Mal gucken, kann ich den wegaddieren. Das ist weglöschen. Nein, kann ich nicht. Also das 1 durch hier, das muss weg. Hier oben steht ja einfach Erlass. Das ist jetzt, ich habe wieder Textbildschere. Gleichzeitig sprechen und schreiben schwierig. Sonst passt das natürlich hier von den Einheiten auch nicht, wenn man da irgendwie mal so scharf drauf stellt. Also die Brüche müssen einfach weg. So, nichtsdestotrotz, das Gesuchte schreibe ich jetzt nach oben. Dann steht da Erlass Quadrat plus 1 durch Omega Quadrat C Quadrat. Und hier drüben steht jetzt Erlass. Den Teil, den bringe ich auch auf die andere Seite rüber, indem ich mal Ri rechne. Dann steht hier drüben Ri oder, tja, Erlass mal Ri. So, und wenn ich jetzt weiter nach dem 1 durch Omega Quadrat C Quadrat umstellen will, bringe ich das auf die andere Seite. Dann steht hier drüben Minus Erlass Quadrat. Wenn ich da ein Erlass raus dividiere, ausklammere, dann bleibt hier drüben Ri minus Erlass über. So, und das stelle ich jetzt weiter nach dem C um. Das ist jetzt dummerweise immer noch im Nenner. Das war ja so im Nenner, im Nenner. Also, das heißt, das multipliziere ich jetzt nach oben. Dafür dividiere ich durch den Bruch oder durch den Term, der hier drüben steht, zu einem neuen Bruch. Und ziehe schlussendlich die Wurzel. Und dann, also vielleicht schreibe ich es erstmal hin ohne die Wurzel und ziehe nur die Wurzel. Also, hier steht 1 durch Omega Quadrat R Last mal Ri minus Erlass in Klammern. So, und wenn ich noch das Quadrat wegmachen möchte, dann kann ich durch, also kann ich die Wurzel dieses Ausdrucks ziehen. Eigentlich steht hier plus minus die Wurzel, Kapazität kann aber nur positiv sein. Und dann kriege ich da diesen Ausdruck hin. Und da kann man sich jetzt von der Einheit her überlegen, dass 1 durch Omega ergibt einem 1 Sekunde über dem Bruchstrich. Und hier unten habe ich Ohm minus Ohm ergibt Ohm mal Ohm ergibt Ohm Quadrat. Die Wurzel ergibt 1 durch Ohm und Ohm sind Volt pro Ampere. Also kriege ich Ampersekunden pro Volt und das sind eben gleichzeitig Farad. Und die Zahlenrechnung dazu, die kann ich wieder in Oktav machen. Da habe ich hier noch ein bisschen Zahlenrechnung von der vorherigen Lösung der Aufgabe, die gerade hier schon mal kurz gezeigt wurde. Also ich nenne das jetzt mal C neu, weil ich jetzt die Schaltung irgendwie umgedreht habe oder, ich weiß nicht, ich nenne das mal C neu. So und das soll sein 1 durch Omega und vielleicht so verständlicher mal die Wurzel von R-Last mal in Klammern Ri minus R-Last. So die Klammer zu, die Wurzel zu, die letzte Klammer von dem Bruch zu und dann kommt da ein neuer Zahlenwert raus. Also vorher hatten wir für die Kapazität das hier. Das ist jetzt ein bisschen ein größerer Wert. Ich rechne ihn trotzdem mal wieder mal 1E6, um das in Mikrofarad umzurechnen. Also vorher waren das mal 95,4 Mikrofarad, jetzt sind das 106 Mikrofarad. Also das hat sich so ein ganz bisschen erinnert. Ich mache mal das hier weg. Das sind 106,4, wenn nicht, nee, 1, 106,1 Mikrofarad, die ich jetzt für die Kapazität ausgerechnet habe. So, jetzt können wir das Ganze nochmal für die Induktivität machen. Die steht ja hier auch schon fast da. Das Omega kann ich mir auch auf beiden Seiten wegdenken. Und hier steht 1 durch L. Ich will aber L haben, dann drehe ich das gleich mal um. Dann steht auf der anderen Seite eben R Last Quadrat plus 1 durch Omega Quadrat C Quadrat geteilt durch 1 durch C. Oder das geteilt durch 1 durch C kann ich natürlich auch so schreiben, indem ich einfach mal C multipliziere. So, kurze Einheitenprobe. Also das macht mir ein Ohmquadrat. Das macht auch ein Ohmquadrat, muss ja auch so sein. Ohmquadrat sind Volt Quadrat durch Ampere Quadrat. Und C hat die Einheit Quadrat, das sind Ampere Sekunden pro Volt. So, dann kürze ich wieder die Quadrate jeweils gegen die Einheiten. Es bleiben Volt Sekunden pro Ampere über, was auch gut ist, weil das sind Henry. Und die Zahlenrechnung kann ich wieder in Octave machen. Also indem ich rechne R Last Quadrat plus 1 durch Omega mal C neu. Da muss ich jetzt unbedingt das C neu benutzen. Quadrat. Und das zu und das nochmal mal das neue C, was ich jetzt ausgerechnet habe. Das sollte die Formel sein, wenn ich da so richtig drauf schaue. Und da kommt auch ein neuer Wert für die Induktivität raus. Sieht man, das ist zufälligerweise oder weiß nicht, ob das immer so ist. Ne, wahrscheinlich nicht. Das wird an der Aufgabe liegen. Auch der gleiche Zahlenwert oder eben ein ähnlicher Zahlentyp, den rechne ich mal 1000, um das in Millihenry umzurechnen. Ja, dann kann ich hinten die Einheit weg streichen. Das sind ja Henry und dann sind das eben 106,1 Millihenry. Das ist das, was für die Induktivität rauskommt. So, und jetzt will ich ja schlussendlich in dieser Schaltung und dafür nehme ich jetzt vielleicht mal schwarz als Farbe. Also ich will jetzt eigentlich ja ausrechnen, wie groß ist die Leistung hier. Hier die Leistung in dem Lastwiderstand. Und das kriege ich eben raus aus dem Laststrombetrag zum Quadrat mal das R-Last. Und dafür bräuchte ich diesen Strom hier, I-Last. Und diesen Strom, I-Last, den kann ich ausrechnen mit einem Stromteiler, so wie ich das auch schon mal in einem vorherigen Video gezeigt habe, aus der Impedanz von dem anderen Zweig. Das ist das ZRL geteilt durch die Gesamtimpedanz dieser Schaltung im Sinne eines Maschenumlaufes. Das ist ZRL plus ZRC. Also die Parallelschaltung und die Reihenschaltung hier. Naja, und das ZC ist eben ganz allgemein 1 durch J Omega C. Und das ZL ist eben ganz allgemein J Omega L. Und das heißt, die kann ich jetzt mal kurz ausrechnen und hier hinschreiben. Dann bräuchte ich, das schreibe ich vielleicht mal hier drunter irgendwo hin, weil hier jetzt noch ganz schön Platz ist. Also ich bräuchte jetzt dann ein ZRL, das wäre RI parallel zu dem ZL. Da kommt ein Zahlenwert bei raus. Und ich bräuchte genauso das ZRC und das wäre eben R-Last plus ZC. Ist gleich. So, dazu jetzt ziemlich viel Zahlenrechnung hier in Octave. Also ZC, wollen wir mal anfangen. Ist 1 durch J mal Omega mal C neu. Dann kommen da minus J 30 Ohm raus, können wir uns mal merken. So, ZL ist J mal Omega mal L neu. Dann sollten da plus J 33 oben rauskommen, kommen auch. Ja, also weil da natürlich jetzt wieder so ähnliche Werte auftauchen wie vorher in dem Video. So, diese Parallelschaltungsgeschichte habe ich immer noch. Also ZRL kann ich jetzt ausrechnen aus dem Parallelwiederstand von oder aus der Parallelschaltung von dem Innenwiederstand und dem gerade berechneten ZL. Dann kommen da 10 plus J 30 Ohm raus. Und jetzt kann man sich schon denken, naja, wenn ich jetzt ZRC ausrechne, dann ist das R-Last plus ZC, dann kommt da genau das gleiche raus. Plus eben Kolonialkomplex 10 Ohm minus J 30 Ohm. Also die Werte schreibe ich jetzt alle mal ab. Also das hier waren minus J 33 Ohm. Das waren J 30 Ohm. Das waren 10 Ohm minus, halt 10 Ohm plus J 30 Ohm. Muss ja induktiv sein. Und das waren 10 Ohm minus J 30 Ohm. Und dann sieht man, also diese Bedingung, die wir hier gefordert haben, weil das ist ja sozusagen die Innenimpedanz, das ist die Außenimpedanz. Also das ist jetzt für Impedanzen hingeschrieben. Aber wenn das für die Impedanzen gilt, gilt das natürlich auch für die Admittanzen. Die sind auf jeden Fall schon mal das Kolonialkomplexe voneinander. So, jetzt kann ich das in diesen Stromteiler einsetzen und kann hier noch so ein paar Rechnungen machen. Also Stromteiler, ich ziehe das mal hier rüber, I Last, wenn ich das vielleicht mal, weiß nicht, wie ich das vorher genannt habe. Das ist jetzt ZRL, die Impedanz im anderen Zweig, geteilt durch ZRL plus ZRC. Die gesamte Impedanz von diesem Maschenumlauf multipliziert mit dem Gesamtstrom. Und da sollte jetzt so ähnlich wie vorher was rauskommen, was mit 1 plus oder minus 3J. Genauso sieht es aus. Also der Strom hier ist 1 Ohm plus J 3 Ohm. 1 Ampere plus J 3 Ampere. Und davon kann ich jetzt den Betrag bilden, das wir unten einsetzen, das mal den Widerstand rechnen. Und dann sollten da für P Last eben der Betrag von dem I Last zum Quadrat mal R Last, sollten da wieder 100 Watt rauskommen. Und das ist offensichtlich auch der Fall. Da kommen da 100 Watt raus. Und das sind genau die gleichen 100 Watt, die ich auch schon in der vorherigen Aufgabe ausgerechnet habe. Aber auch hier sind 100 Watt rausgekommen. Aber eben mit genau der umgedrehten Schaltung, wo die Kapazität war und hier die Induktivität. Und jetzt haben wir eben die Reihenfolge gedreht. Trotzdem passiert da das Gleiche. Jetzt kann man sich noch wieder überlegen, wie groß ist denn diese Spannung hier? Um diese Spannung auszurechnen, muss ich rechnen, I Last mal ZRL, nee, ZRC, schon mal, das kann man ja in C, ne? Also, erst mal wieder Octave suchen. Also diese Spannung, der gebe ich jetzt keinen Namen, aber die ist I Last mal ZRC. Und da sieht man, da kommen auch wieder einmal 10 hoch 2, das sind 100 Volt raus. Und das hier ist numerisch wieder 0, 10 hoch minus 15, das ist sozusagen numerisches Rauschen. Also die Spannung hier sind 100 Volt. Und jetzt kann man sich überlegen, also wenn die Spannung 100 Volt sind, die habe ich auch hier 100 Volt an einem 100 Ohm Widerstand. Das macht 1 Ampere hier. Das sind ja hier drüben 2 Ampere, die hier fließen. Und wenn das hier 1 Ampere plus J3 Ampere sind, dann müssen hier noch minus J3 Ampere in diese Richtung wegfließen. Und das passt auch, weil das ZL, das sind ja genau 30 Ohm, wenn ich 100 Volt an 30 Ohm anschließe, halt, wo funktioniert das so, Moment, ZL, ZC, Moment, ich bin gerade kurz verwirrt. 3 Ampere, müsste ja nicht was anderes bei rauskommen. Also ich muss es mal noch mal mit der folgenden Rechnung kurz vergleichen. Also hier waren das ZC waren 33 und das ZL waren 30. Habe ich denn jetzt das ZC und das ZL richtig berechnet? Ich habe hier das ZC neu eingestellt. Achso, ich habe das genau falsch schon aufgeschrieben. Das muss ich mal deswegen. Also das wollte ich auch gerade sagen. Aber es stimmt doch hier nicht. Also ich habe ZC ausgerechnet. Das waren minus J30 und das ZL waren 33. Die beiden Zahlenwerte hier sind vertauscht. Mal gucken, ob ich das weggelöscht kriege. Das will aber auch nicht so richtig. Also hier steht 30 und hier sind die 33,3. Ich streiche das nochmal durch und schreibe das mal drunter. Also hier waren minus J 30 Ohm und hier sind das minus J 33 Ohm. Plus J, minus J. Die mir mein Oktav hier ausgerechnet hat. Also klassischer Abschreibefehler. ZC sind minus J 30, ZL sind 33. Und das passt dann. Also 3 Ampere mal 33 Ohm. R ist U mal I. U ist R mal I. Macht genau 100 Volt. J mal J macht minus 1. Mit dem minus 1 macht das ein plus 1. Jetzt passt das ganz wunderbar. Und also letztendlich irgendwie sehr, sehr, sehr ähnlich zu der Aufgabe wie vorher. Ja, also diese Wirkleistungsanpassungsschaltung funktioniert auch, wenn man die Funktion von L und C umdreht. Aber nichtsdestotrotz, man braucht irgendwas zu dem Widerstand in Reihe, was sozusagen mehr Spannung bringt, damit man mehr Spannung an der Quelle hat, damit die Quelle mehr Leistung liefert. Und man braucht irgendwas, was den sozusagen hier jetzt kapazitiven Einfluss des Stromes kompensiert. Man braucht eine Induktivität. Man baut sich sowas wie so einen Schwingkreis. Und abschließend möchte ich das jetzt nochmal direkt im gleichen Video zeigen. Und dafür habe ich jetzt noch ein bisschen Platz, wenn man das jetzt einfach über die Impedanzen rechnet und nicht über die Admittanzen. Und dann stelle ich fest, irgendwie habe ich hier so Sachen jetzt nebenbei hier weggelöscht. Also immer wenn ich radiere, radiert es an anderen Stellen. So, also da stand mal eine 1. Und jetzt müssen wir eben Impedanz aufschreiben. Impedanz von der Last ist ganz einfach. Also da steht nämlich einfach R-Last plus 1 durch J-Omega-C. Jetzt wird es auf dieser Seite und natürlich davon das Konjunkt-Komplexe. Ja, jetzt wird es auf dieser Seite der Gleichung ein bisschen einfacher. Dafür wird es auf dieser Seite der Gleichung für diese Parallelschaltung hier ein bisschen komplizierter. Impedanz ist das Reziproke von der Admittanz. Und die Admittanz hier ist 1 durch Ri plus 1 durch J-Omega-L. So, und da muss ich jetzt wieder mit dem Konjunkt-Komplexen erweitern auf der Seite. Das Konjunkt-Komplexe hat dann ein negatives Vorzeichen. Also steht da minus 1 durch J-Omega-L und unter dem Bruchstrich steht wieder die Summe aus den Quadraten. Also ja i-Quadrat plus 1 durch Omega-Quadrat-L-Quadrat. So, und auf der anderen Seite der Gleichung löse ich einfach das Konjunkt-Komplexe auf. Dann steht da R-Last minus 1 durch J-Omega. Und das ist jetzt ein C. Man muss ja bei solchen Rechnungen immer gut zwischen dem L und dem C unterscheiden. Und auch hier kann ich jetzt wieder eine wunderschöne Pall-Unterscheidung oder sozusagen einen Koeffizienten-Vergleich machen und sagen, also hier dieser Realteil auf der einen Seite, der muss genauso groß sein wie der Realteil auf der anderen Seite. Daraus werde ich das L bestimmen können. Und genauso kann ich einen Koeffizienten-Vergleich machen für den Imaginierteil. Das ist dann dieser Teil hier auf der Seite der Gleichung und dieser Teil hier auf der anderen Seite der Gleichung. Und daraus werde ich das C relativ einfach bestimmen können. So, also fangen wir wieder an mit dem Realteil. Indem ich das jetzt hier nochmal kurz hinschreibe, genauso wie da drüben. Also Realteil ergibt uns, dass wir, ja, also wir wollen ja wieder das L bestimmen. Das L ist hier im Nenner und im Nenner. Das heißt, das bringe ich gleich mal wieder nach oben. Ich multipliziere den Teil hier hoch und teile durch das R-Last. Also dann steht auf der, tja, am linken Seite der Gleichung 1 durch R-I mal R-Last. Und auf der anderen Seite der Gleichung steht eben 1 durch R-I Quadrat plus 1 durch Omega Quadrat L-Quadrat. So, ich will weiter nach dem Omega Quadrat L-Quadrat umstellen. Jetzt stört mich das jetzt, bringe ich das auf die andere Seite rüber, indem ich hier Minus rechne. Und das schreibe ich jetzt vielleicht in der nächsten Zeile hin. Also dann steht da 1 durch R-I mal R-Last minus 1 durch R-I Quadrat. So, und auf der anderen Seite der Gleichung steht immer noch 1 durch Omega Quadrat L-Quadrat. So, und ich will jetzt nach dem L umstellen. Das heißt, eigentlich wäre es wieder nicht schlecht, wenn ich den ganzen Bruch einfach umdrehe, die ganze Gleichung sozusagen davon, von der das Reziproke nehme. Und dafür wäre es wieder nicht verkehrt, wenn ich das hier auf einen Bruchstrich schreibe. Also ich mache jetzt wieder so Trick 17. Ich muss das auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Und um das auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, nutze ich als gemeinsamen Nenner, ich mache mal das hier hinten weg, nutze ich R-I Quadrat und R-Last Quadrat. Ja, also das ist das, wo ich am Ende mal hin will. Vielleicht schreibe ich das jetzt einfach nochmal auf. Weil, ja, sonst wird es vermutlich verwirrend, was ich hier tue. Also der gemeinsame Nenner, den ich jetzt haben will, der ist R-I Quadrat und R-Last Quadrat. Und dann stellt man fest, bei vielen solchen Aufgaben, das hat mit Elektrotechnik, ja, die ist jetzt vorbei, Elektrotechnik, Gleichung haben wir aufgestellt, das hat jetzt einfach was mit viel mit Mathematik, Termumform, Rechnen zu tun, das geschickt machen, sich dabei nicht vertun, keine Fehler machen. Und dazu braucht man einfach Routine, ein bisschen Geduld und Muße. Und man muss das ein paar Mal gemacht haben. Und man muss einen kleinen mathematischen Blick haben für sozusagen irgendwie die Muster, und die dabei entstehen. So, also, oder irgendwie ein gutes Gefühl, eine Intuition haben für das, was hier jetzt an Umformung sinnvoll ist. Also meine Intuition sagt mir, es ist sinnvoll, irgendwie das auf dieses symmetrische, ich habe von beiden Quadrat da, von dem R-I habe ich schon Quadrat, das mache ich von dem R-Last auch noch Quadrat hin. So, dann fehlt mir hier vorne ein R-I und ein R-Last. Mit dem muss ich an der Stelle erweitern. Und hier hinten fehlt mir nur ein R-Last-Quadrat. Mit dem ich da erweitern muss. Und hier drüben steht immer noch 1 durch Omega Quadrat L-Quadrat. So, und jetzt kann ich diesen Bruch oder diese ganze Gleichung einfach auf beiden Seiten das Reziproke nehmen. Und jetzt tausche ich mal gleich die Seiten. Also auf der Seite steht dann eben L. Und jetzt muss ich hier gucken, dass ich nicht zu sehr an mein Kamerafensterchen reinschreibe. Vielleicht schreibe ich einfach hier unten weiter. Man erkennt das ja an der Farbe, dass das jetzt der andere Rechenweg ist. Also L-Quadrat. Das L habe ich jetzt hier hochgeholt. Den Bruch hier drüben muss ich jetzt umdrehen. Dann steht da R-I-Quadrat und R-Last-Quadrat. Und hier unten steht noch ein Omega. Wenn ich das L hoch multipliziere, bleibt ja das Omega unter dem Bruchstrich. Also ein Omega-Quadrat. Und hier kann ich ein R-Last ausklammern. Dann steht da R-Last mal R-I minus R-Last. Dann kommt der gleiche Term raus, den wir hier haben schon. Der uns schon irgendwie bekannt vorkommen sollte. Also R-Last mal R-I minus R-Last. Und jetzt möchte ich ja nicht das L-Quadrat haben, sondern ich möchte das L haben. Also ziehe ich auf beiden Seiten der Gleichung die Wurzel. Dann verschwinden diese ganzen Quadrate. Eigentlich müsste ich wieder plus minus die Wurzel mir anschauen. Aber die Induktivität sollte ja immer positiv sein. Deswegen reicht mir die positive Wurzel. So, und dann kriege ich hier eine Formel hin, die irgendwie ganz gut aussieht. Kann wieder über die Einheiten nachdenken. Also hier oben haben wir Ohm-Quadrat. Hier unten haben wir ein Ohm. Ohm-Quadrat durch Ohm ergibt Ohm. Und Ohm durch eine Kreisfrequenz ergibt Ohm mal Sekunde. Das ergibt genau Henry. Sodass hier ich eine Zahlenrechnung machen kann. Da sollte was in Henry rauskommen. Und jetzt kann ich dann die gleiche Betrachtung noch mal machen für den Imaginarteil. Für den anderen Teil hier hinten schreibe ich jetzt nicht mit hin. Das haben wir ja auch gemacht. Also wenn ich das C haben will, das Omega habe ich auf beiden Seiten. Das kann ich mir auch wieder wegdenken. Dann steht das C im Prinzip schon da. Und ich muss einfach den Teil, also ich muss die Seite der Gleichung auch umdrehen. Dann steht da C ist 1 durch Ri² plus 1 durch Omega² L². Und unter dem Bruchstrich steht 1 durch L. Und das 1 durch L kann ich auch unter dem Bruchstrich einfach als mal L über dem Bruchstrich schreiben. So, kurze Probe der Einheiten. Also hier steht 1 durch Ohm², das macht Siemens². Hier steht auch wieder 1 durch Ohm², macht Siemens². Ja, oder L durch R², Henry durch Ohm². Ja, kurze Probe. Also Henry sind Voltsekunden pro Ampere. Ich glaube, die Rechnung hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Ohm² sind Volt² durch Ampere². Dann kürze ich wieder genau die Quadrate durch die Einheiten bleiben. Amperesekunden pro Volt über. Das sind Henry, das sind Farad. Also das sollte passen. So, also kurze Zahlenrechnung in Octave. Und also ich rechne jetzt nochmal ein L neu aus den Impedanzen aus. Und tippe einfach die Formel ab, die hier steht. Also da steht Ri mal R Last geteilt durch Omega mal diese Wurzel von, die hatten wir jetzt schon ein paar Mal, R Last mal Ri minus R Last. Klammer zu, Klammer zu von der Wurzel, Klammer zu von dem Bruch. Sollte eigentlich so funktionieren. Und da sollte jetzt der gleiche Zahlenwert rauskommen, kommt auch genau die gleichen 106,1 Millihenry. So, und jetzt kann ich das nochmal, also für C neu aus der Betrachtung der Impedanzen ausrechnen. Das ist in Klammern 1 durch Ri² plus 1 durch Omega² mal L neu. Ob ich jetzt L neu Impedanz oder L neu rechne, ist ja gerade den gleichen Zahlenwert. Das auch zum Quadrat. Dann die große Klammer zu. Und das nochmal, mal das L neu aus den Impedanzen. Dann sollte da auch der gleiche Zahlenwert rauskommen für die Kapazität. Und das passiert auch. Ja, so, also schreibe ich mal nochmal hin. Das sind hier auch wieder 106,1 Millihenry und das sind 106,1 Mikrofarad, die sich hier aus den Ampersekunden pro Volt ergeben. So, und naja, wenn man jetzt, weil jetzt die Gleichung hier so schön, also das passt erstmal, ne. Und weil jetzt die Gleichung so schön auf einer Folie stehen, hier auf einer Seite stehen, könnte man sich natürlich irgendwie überlegen, also wenn das hier vom Zahlenwert, ne, ich habe C hier so ausgerechnet und C hier so ausgerechnet, kommt der gleiche Zahlenwert raus. Ich habe L hier so ausgerechnet, L so ausgerechnet, kommt der gleiche Zahlenwert bei raus. Sind das denn jetzt tatsächlich die gleichen, ähm, die gleichen Formeln? Ähm, ja, muss man mit so ein bisschen mathematischem Blick drauf schauen. Also ich nehme jetzt nochmal eine andere Farbe. Ähm, so, und also wenn wir gucken, wenn wir jetzt die Formel für das C nehmen, ja, und hier einsetzen, dann steht hier sowas wie, ähm, eins durch Omega Wurzel von LC, ne. Dann kommt, kommt schon mal dieser Term hier unten raus, also Omega und diese Wurzel. Und über dem Bruchstrich würde ja noch stehen, R-Last Quadrat plus eins durch Omega Quadrat C Quadrat. Und jetzt können wir gucken, also R-Last Quadrat plus Omega, eins durch Omega Quadrat C Quadrat, das war ja vorher genau dieses R-Last mal R-I. Und das ist dann genau das R-Last mal R-I, was hier steht, ja, also die, die, also wenn ich die Gleichung hier einsetze und jetzt die Gleichung von hier oben noch einsetze in das hier, ja, also ich müsste jetzt hier diesen Teil noch nehmen, den wir hier vorher hatten und müsste den jetzt genau an dieser Stelle einsetzen, dann kommt raus, dass diese beiden Gleichungen tatsächlich genau die gleichen sind. Und jetzt kann man sich noch überlegen, ob man das für das C hier auch irgendwie zeigen kann. Also nehme ich, dafür nehme ich nochmal eine andere Farbe. Vielleicht Orange hatten wir noch nicht. Also so ähnlich, glaube ich, gedacht, wenn man jetzt sagt, ich nehme das L und setze das hier ein, ja, dann habe ich da ja auch so ein Term Omega mal diese Wurzel unter dem Bruchstrich, das ist das Gleiche, was hier oben steht für das C. Und was ich noch einsetzen müsste, ist, ja, im Prinzip die Bedingung, die hier drüben steht, also das 1 durch I Quadrat plus 1 durch Omega L Quadrat, wenn ich das jetzt hier hinten einsetze, dann steht da ja 1 durch R I Erlast, das kürzt sich genau mit diesem R I Erlast weg, ja, sodass da dann rauskommt, dass wirklich auch diese beiden Gleichungen hier, ich versuche mal hier so ringsherum zu zeichnen, dass die eben auch genau das Gleiche sind. Also es ist kein Zufall, dass jetzt hier genau die gleichen Zahlenwerte bei den Formeln rauskommen. Das liegt einfach intrinsisch so in diesen Gleichungen begründet. So, das vielleicht dazu. Jetzt letzte Idee, letzter Punkt. Wenn ich jetzt diese Lösung vergleiche, also hier ist ja die Induktivität parallel zu meiner Quelle und die Kapazität in Reihe zu der Last. Und bei der vorherigen Lösung, die wir betrachtet haben, war die Kapazität parallel zur Quelle, die Induktivität war in Reihe zur Last. Und da hatte ich noch mal was anderes diskutiert in Orange, das spielt jetzt mal keine Rolle, vielleicht zwitsche ich mal auf das hier rüber, da war das noch ein bisschen, ist das ein bisschen einfach. Also hier ist Induktivität in Reihe, Kapazität parallel und was wir jetzt gemacht haben, war Induktivität parallel, Kapazität in Reihe. So, und diese andere Lösung hier, da kamen ja ein bisschen kleinere Zahlenwerte raus. Also da könnte man ja sagen, wenn ich das so baue in der Realität, also funktionieren tut irgendwie beides. In der Realität bräuchte ich ja hier einen kleineren Kondensator und eine etwas kleinere Spule. Dann nehme ich doch die Lösung, oder? Das ist doch irgendwie besser. Muss ich nicht so einen großen Kondensator kaufen, nicht so eine große Spule kaufen? Also der Unterschied ist nicht groß, 95 zu 106. So, jetzt kann man sich überlegen, also in der Lösung habe ich das mal auch hingeschrieben. Also hier fließt durch den Kondensator fließen 3 Ampere und durch die Spule hier fließen 1 Ampere minus J3 Ampere. Also hier fließt durch die Spule mehr Strom, durch die Induktivität fließt mehr Strom. Dafür ist die Induktivität hier auch ein bisschen kleiner. Bei der Lösung, die wir jetzt gerade gerechnet haben, ja, hier ist die Induktivität ein bisschen größer. Aber da muss auch weniger Strom durch die Induktivität fließen. Also muss ich einen dünneren Draht nehmen für die Induktivität. Am Ende wird es auch wieder einfacher sein, diese Induktivität hier zu bauen. Und das Gleiche ist mit der Kapazität, wenn man hier mal nochmal die Spannung über der Kapazität ausrechnet. Das kann ich mal noch schnell irgendwie machen. Also ich nenne das mal UC. Ja, das ergibt sich aus dem I Last mal ZC. Und dann kommen da raus, das sind 90 minus J30. Wenn ich davon mal den Betrag ausrechne, dann sind das eben in Anführungszeichen nur 95 Volt. Also hier ist die Kapazität zwar ein bisschen größer, ein 106,1 µF, aber da fallen eben auch nur 95 Volt über der Kapazität ab. Und in der anderen Lösung, die wir hier diskutiert haben, da gab es eben, kann man hier so ein bisschen im Hintergrund noch lesen, da gab es eben 100 Volt über der Kapazität. Also die Kapazität hier ist ein bisschen kleiner, aber die muss eben auch mehr Spannung abkönnen. Und wenn ich dann so eine reale Kapazität im Kondensator baue, dann ist das auch nicht ganz unentscheidend, wie viel Spannung muss dieser Kondensator abkönnen. Ja, also am Ende in der Realität wird sich das jetzt zwischen diesen beiden Lösungen hier in der Praxis nicht sehr unterscheiden. Also hier sind Kapazität und Induktivität ein bisschen größer vom Zahlenwert her, müssen aber auch jeweils weniger Strom und Spannung aushalten. Und hier sind die dafür ein bisschen kleiner, müssen dafür aber auch mehr Spannung und mehr Strom aushalten. Deswegen wird sich das in der Praxis nachher nicht viel nehmen.